In der Zwiebelsfall immer du. Ja. Gut, die erste Frage. Wer von euch hat UniOK-mässig die bessere Technik? Wie du? Ja. Ist das schwierig zu sagen? Ja klar, ich komme gleich. Wer ist der bessere Autofahrer? Der Oli. Ja, ich fahre viel mehr los. Ich fahre viel weniger im Jahr. Wer gewinnt auf dem Pfalz mehr Zweikämpfe? Ja. Du wirst vielleicht mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Ja. Wer kann besser kochen? Bede du? Ja. Du bist ein Fühler. Ja. Wer von beiden hat das grössere Allgemeinwissen? Ja. 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 Letzte Frage. Wer will überhaupt von euch heiraten zuerst? Pff. Äh. Bei dir. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber äh. Schade. Du bist für geil. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Ungefangen. Kann er noch etwas sagen? Äh. Ja. Merci für den Rafa. Schöne Jehnacht. Schöne Jehnacht. Schöne Jehnacht auch. Macht's gewiss. Ciao, ciao. Na ja. H sorry... paar Jahre lang. Ich bin enclosureig. Ich bin enclosureig. Ich bin enclosureig. Das ist deine WS-U-U-G-N-A-G. Untertitelung des ZDF, 2020